Ab wann sollst du als Agenturinhaber deinen ersten Vertriebsmitarbeiter einstellen? Ab wann sollst du den zweiten, ab wann den dritten? Und vor allem auch, wo sollst du sie finden? Und auf was musst du achten, dass du kein Geld verschwendest, kein Geld verbrennst, keine Zeit investierst, Fehlinvestierst? Und wie kriegst du am Ende die richtigen Vertriebsmitarbeiter für deine Agentur oder auch vielleicht für dein Consulting-Unternehmen, dein Coaching-Unternehmen, dein Dienstleistungsunternehmen? Und darum geht es jetzt in diesem Video. Und ich will direkt sofort einsteigen, also erstmal auf das Erste. Ja, ab wann soll man denn die ersten Vertriebsmitarbeiter einstellen? Also ab wann ist da der richtige Zeitpunkt? Ich sage immer ganz klar, ab dann, wenn du bei einem fünfstelligen Cashflow bist. Cashflow bedeutet Geldeingang. Also Geld mindestens fünfstellig soll bei dir eingehen. Jetzt kannst du deinen ersten Vollzeitvertriebler einstellen. Jetzt macht das Ganze Sinn. Ab jetzt hast du auch Zeit, den richtig einzuarbeiten, ohne da auf Druck hin und her zu gucken, wie du die Sozialversicherungsbeiträge zahlst. Deswegen ganz, ganz wichtig, ab dann, wenn du einen fünfstelligen Geldeingang bei dir im Monat hast, also mindestens so drei Monate, dann den ersten Vollzeitvertriebler. Und hierbei ist Folgendes zu beachten. Viele machen den Fehler, sie geben hohe Fixums. Ja, also auch das Thema Gehaltsmodell. Ja, wenn wir uns das mal anschauen, wir gehen mal aufs Gehaltsmodell ein. Gehaltsmodell bei Vertriebler. Wen willst du da haben? Was machen so viele falsch? Viele haben ein Grundmindset, ein Vertriebler braucht ein guter Vertriebler, der braucht ein gutes Fixum, ein gutes Gehalt. Aber das ist falsch. Ein guter Vertriebler weiß, dass er verkaufen kann und er benötigt nur ein geringes Fixum, aber dafür möglichst hohe Provisionen, weil er weiß, ich bin gut, ich kann verkaufen, ich bringe hier richtig Umsatz rein und weil die Provision bei dem gut ist, ah ja, da werde ich auch gutes Geld verdienen. Das heißt also, möglichst, Gehaltsmodell ist immer folgendermaßen, möglichst geringes, ja, geringes Fixum, geringes Fixum, das wäre in Deutschland der Mindestlohn, aber dafür gibst du als Unternehmer eine hohe Provision, ja, eine hohe Provision. Hohe Provision, damit sprechen wir so von 25% Ausschutzung. 20 bis 25% Maximum als Angestellter ist sehr, sehr gut. Und jetzt musst du natürlich auch wissen, okay, wie viel Aufwand hat dein Vertriebler? Das heißt, generierst du Leads für den, muss der das aus der Kalterquise selbst sich erwirtschaften, seinen Umsatz. Je schwieriger der Aufwand, also je mehr dein Vertriebler Aufwand hat, einen neuen Kunden zu gewinnen, desto höher die Provision. Heißt zum Beispiel, wenn der Kalterquise macht, sagst du ihm, hey, guck mal, aus der Kalterquise gebe ich dir, wenn du hier einen Kunden gewinnst, 25%, ja, dann kriegt der 25% Provi, wenn du mit Leads arbeitest, kriegst du 15%. Ja, als Beispiel, das ist so ein Provisionsmodell, wo der Vertriebler auch wirklich Geld verdienen kann, weil du musst auch eins wissen, spare niemals an deinem Vertriebler. Wenn du eine Maschine im Verkauf hast, wenn du jemanden hast, der Vollgas geben kann, wo du wirklich Potenzial siehst, wir gehen gleich mal auch auf die Persönlichkeitsmerkmale ein, worauf du unbedingt als Unternehmer achten sollst, bei einem Vertriebler, den du einschätzt, der Umsatz bei dir generieren soll, der soll auch gutes Geld verdienen können, der soll auch richtig stark entlohnt werden bei dir. Das heißt also, wir sind hier bei 25% aus der Kaltakrise, 15% auf Leads. Das empfehle ich dir hier. Okay, wir gehen mal weiter. Wir gehen jetzt auf Punkt 3. Jetzt haben wir das Gehaltsmodell. Wie gesagt, Mindestlohn, aber möglichst hohes Fixum. Zusätzlich noch, Achtung, Achtung, dein Vertriebler soll sein Gehalt einspielen. Denn viele, und ich damals auch, hatte ein Fehlmindset. Viele haben ein Fehlmindset. Die meinen, die denken, Fixum plus Provision. Das heißt zum Beispiel, dein Verkäufer verdient 2.000 Euro und jetzt verkauft er, jetzt macht er einen Sale, jetzt bekommt er nochmal 25% on top. Also jeder verkauft nochmal zu seinem Fixum hinzu. Das ist falsch. Wer sowas sucht, wird sowas finden, aber niemals mehr als 3.000, 4.000 Euro netto bei irgendwelchen großen Konzernen verdienen. Das würde ich niemals so anbieten. Und zwar muss dein Vertriebler sein Fixum durch seine Provision auch erstmal einspielen. Das heißt, damit er eine Gehalts-, also über sein Fixum kommt, muss er mindestens 10.000 Euro einspielen. Warum? 10.000 Euro ist ein Viertel, das sind 25%. Dann hat er jetzt schon mal sein Fixum eingespielt. Ab jetzt in dem Monat mit jedem Extra-Sale bekommt er natürlich auch mehr Geld. Heißt zum Beispiel, wenn er 20.000 Euro Geldeingang hat, also immer auch das Geld, was bei dir auf Konto geht, wird nur ausbezahlt. Du kannst nicht was auszahlen, was nicht verdient ist. Das heißt, wenn einer jetzt zum Beispiel, dein Vertriebler bringt dir 20.000 Euro, dann ist seine Provision 4.000 Euro. Deswegen ist es auch wichtig, ganz, ganz wichtiger Nebensatz, dein Angebot muss richtig konzipiert sein. Wenn du als Dienstleister, als Marketingagenturinhaber, dafür 4.000, 5.000 Euro was verkaufst, da wird niemals langfristig ein guter Vertriebler bei dir bleiben. Warum? Der Aufwand, einen neuen Kunden zu gewinnen, aus der Kaltakquise, ist schon hoch. Und jetzt verdient er bei dir von 5.000 Euro auch nur noch 25%. Das macht er nicht lange mit. Wenn der aber im Monat nur 3, 4, 5 Abschlüsse braucht, um gleich mal 8.000, 9.000, 10.000 Euro zu verdienen, dann bleibt er bei dir. Dann gibt er richtig Vollgas. Und das meine ich mit richtigem Angebot. Wenn dein Angebot das richtige Pricing hat, dann findest du natürlich auch ganz andere Vertriebler, die geben Vollgas, verdienen, haben zwar nur 4, 5 Sales, aber verdienen gleich 8, 9, 10, 11, 12.000 Euro. Und das geht natürlich nur, wenn du die richtigen Angebote hast. Okay, das dazu. Gehen wir mal weiter auf einer der wichtigsten Punkte, die ich immer wieder gefragt werde, wie finde ich, wo finde ich vor allem richtig gute Vertriebsmitarbeiter und auf was soll ich da achten? Also erst mal ist eins ganz, ganz wichtig. Und zwar, dass du das Farbmodell kennst. Und das Farbmodell, das ist das Diskmodell, das kennt man in der Regel. Da ist hier der dominante Typ, da ist hier, oh, sorry, da ist hier dann der Initiative-Typ, ja, da ist hier der stetige, ja, und da ist hier, sorry, da ist hier G, der genaue Typ nenne ich den jetzt mal. Und das sind so 4 Farbtypen. Und ich kann mich erinnern an eine Situation, da hat sich jemand bei mir beworben und ich hatte zum Glück schon diese Farbpsychologie, ich kenne diese Farbpsychologie. Und der hat sich bei mir beworben, kam zu mir und hat direkt nach sehr, sehr vielen Details gefragt. Zum Beispiel direkt, was ich erst mal gut fand, wie hoch ist die Provision, wie viel Anwahlen muss er machen, haben wir dafür Checklisten und was ist, wenn er nur 87 Anwahlen macht anstatt geforderte 100. Und ich habe gemerkt in seiner Kommunikation, es war sehr detailliert, ich wusste, der ist kein Hunter, der ist kein guter Akquisiteur, kein guter Verkäufer im Front. Ja, man kann sich ändern, aber es ist viel schwieriger, so einen zu ändern, als einen, der diese Grundeinstellung eines Verkäufers hat. Ich konnte ihn dann nicht einstellen, konnte ihn aber weitervermitteln, nicht für den Verkaufsjob, wurde dann anderer Job, der war dann eben in der Buchhaltung, das hat er auch tatsächlich gelernt und so habe ich das dann abgeendet, abgewilzt. Aber was will ich dir damit sagen? Das D steht für den dominanten Typ. Bedeutet, Verkäufer sollten dominant sein. Wie merkst du, ob jemand dominant ist? Der trifft Entscheidungen, der geht voran, der macht einfach, der überlegt nicht lange, der ist global orientiert, der dominante Verkäufer. Der geht voran, der nimmt das Zepter in die Hand, der trifft einfach Entscheidungen. Zum Beispiel verkauft er jetzt einfach mal dein Produkt, was eigentlich 10.000 kostet, einfach mal für 18.000. Das sind dominanten Typen. Dominante Typen, die reden sehr klar, die reden sehr selbstbewusst. Die sagen, A ist A und da gibt es auch kein B. Das merkst du einfach an diesen klaren, strukturierten Aussagen. Das heißt, dominante Typen sehen wir auch oft in der Geschäftswelt, sind oft auch, vielleicht du als Unternehmer, du hast nicht viel Zeit, du willst immer schnell zum Punkt kommen, du willst Gas geben, du willst was erreichen in deinem Leben und hast dann nicht viel Zeit für Geplänkel links und rechts. Du bist dann der dominante Typ. Also das ist auf jeden Fall ein Verkäufertyp. Der Initiative, der gelbe Typ, ist ebenfalls ein Verkäufertyp und meines Erachtens der beste Verkäufertyp, den du finden kannst, den du haben kannst. Wie erkennst du ihn? Ein gelber Typ achtet auf seine Klamotten. Ein gelber Typ redet schnell aus der Brust heraus. Ein gelber Typ ist aber auch gleichzeitig etwas chaotisch. Bei dem auf seinem Schreibtisch, der hat nicht so eine gute Organisation. Ist auch gar nicht so schlimm, weil der ist ein Menschengewinner, der redet gerne, der kommt in einen Raum rein und auf einmal erstrahlt er den Raum. Der Mensch typ redet zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Bewerber hast und du testest ihn und auf einmal hast du, du hast noch andere Mitarbeiter und auf einmal in der Mittagspause spricht er auf einmal mit den anderen. Er ist der am Tisch, der da immer irgendwie ein Gesprächsthema hat. Der ist nicht ruhig. Der spricht einfach Leute auf der Straße vielleicht an den Flughafen, bei dir auf der Arbeit, obwohl der noch ganz neu ist. Also der ist nicht introvertiert, zurückhaltend. Nein, der geht auf die Leute zu und spricht gerne mit denen. Spricht auch gerne viel. Schweift auch gerne mal aus. Das ist der gelbe Typ, das ist ein absoluter Verkäufertyp. Wenn du so einen bei dir hast, wo du direkt merkst, ey, der ist gesprächig, der hat Bock zu sprechen, ja, den, stell den sofort ein. Ja, stell den sofort ein. Jetzt gibt es den stetigen Typ. Der stetige Typ ist kein Verkäufertyp. Beim Abschluss tut er sich sehr, sehr schwer. Woran erkennst du den? Der will immer, dass es allen gut geht. Der denkt vielleicht auch am Anfang, das merkst du am Ausdruck, wenn du ihm deine Angebote erklärst, dass der Preis vielleicht zu hoch ist. Dass das ja vielleicht alles auch wucher sein könnte, was du damit, obwohl du eine geilte Dienstleistung hast, der findet das vielleicht ein bisschen zu teuer. Warum? Weil er einfach negative Glaubenssätze zum Verkauf hat. Beziehungsweise das Thema Geld ist für ihn ein schwieriges Thema. Der grüne Typ ist kein Verkäufertyp. Grüne Typen sind oft Heilpraktiker oder Menschen, die eben Apotheken schau, lesen. Das ist nicht schlecht. Ich sage niemals, dass etwas schlecht ist. Wenn ich einen Heilpraktiker besuche, muss der auch so sein, der Typus Mensch. Aber im Verkauf würde ich so einen Typen niemals einstellen. Kommen wir jetzt zum letzten Typ. Und zwar hier zum blauen, genauen Typ. Das ist der klassische Buchhalter. Ich habe es anfangs erwähnt, derjenige war sehr genau, da wusste ich schon, das wird nichts. Das heißt, wenn jemand sehr genau ist, wenn jemand auf jedes kleinste Detail achtet, wenn ich zum Beispiel jetzt hier einen ganz kleinen Spaghetti-Fleck habe, ein genauer Typ merkt ihn mir an und sagt, ey, guck mal, du hast da einen Fleck. Das sind auch sehr, sehr gute Leute, aber besser in der Buchhaltung als im Vertrieb. Heißt also, zwei Verkäufertypen empfehle ich dir, und zwar einmal den Nominanten und den gelben Typen. Es gibt einen Persönlichkeitstest, 16 Personalities, kannst du googeln, ist kostenfrei, den würde ich jedem Neuling oder jemand, der sich bei dir bewirbt, bei dir ins Büro kommt, auf jeden Fall direkt in die Hand drücken, ist digital, soll er direkt ausfüllen und dann siehst du auch sofort, was für ein Typus Mensch er ist. Okay, wo findest du die jetzt? Ganz einfach, wo hab ich meine besten Vertriebsmitarbeiter gefunden? Ah ja, klar, übers Handy, ja. Einfach Instagram-Story, hi, ich suche jetzt Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, wenn du jemanden kennst, für den das was ist und dich das selbst ansprichst, ich baue was auf, ich baue was aus, geile Möglichkeiten, schreib mir jetzt einfach eine Direct Message. Ja, das heißt, das erste ist mal deine sozialen Medien, wo du einfach mal organisch aussprichst, dass du Vertriebler suchst. Jetzt ist es so, der eine oder andere hat darauf nie Wert gelegt, möchte das nicht, kann ich alles nachvollziehen, dann gebe ich dir jetzt Möglichkeit Nummer zwei. Ich habe einen super Vertriebler damals gefunden über eBay, Kleinanzeigen, das ist kein Scherz, über eBay Kleinanzeigen, habe ich eine Stellenausschreibung gemacht und da hat sich jemand beworben. Vertriebler, musst du auch eins wissen, sind meistens gut, wenn sie wissen auch, wie das Leben ist. Was meine ich mit, wenn sie wissen, wie das Leben ist? Ah ja, Menschen, die im Leben mehr erreichen wollen, aber aus verschiedenen Gründen, vielleicht damals, weil sie nicht gelernt haben, nicht aufgepasst haben, vielleicht keine Ausbildung gemacht haben oder eine Ausbildung gemacht haben, die ihnen nicht gefallen hat und eigentlich unzufrieden sind, aber eigentlich mehr vom Leben wollen und solche Leute gucken dann auch eben mal bei eBay Kleinanzeigen nach einem Stellenangebot, das war auch genau bei mir so, aus verschiedenen Gründen, musste der die Ausbildung abbrechen, hat ihm ähnlich gefallen und dann war da irgendwie auf eBay Kleinanzeigen, hat er das Jobangebot gesehen, hat sofort angerufen, super Mitarbeiter, super Umsätze durch den gemacht, also erst mal eBay Kleinanzeigen. Ist sogar kostenfrei gewesen. Jetzt gehen wir auf Punkt drei, jetzt gehen wir auf Indeed und klassische Stellenbörsen, Stepstone, hier schreiben wir auch Stellenanzeigen. Punkt Nummer vier, wir schalten jetzt noch Ads, dass wir Vertriebler suchen, am besten machst du die Ad hier mit deinem Gesicht, in deinem Büro, wie du rumläufst, wenn du schon Vertriebler hast, wie du sie zeigst, wie sie am Arbeiten sind und sagst ganz klar, ich such dich, ich will mein Imperium mit dir vergrößern, wir haben was Gemeinsames vor, wenn dich das interessiert, wenn du Bock hast, in deinem Leben wirklich aus deinem Hamsterrad rauszukommen, dann bewirb dich jetzt, klick hier auf den Button, bla bla bla. Also kann man auch alles skripten, aber dann, Möglichkeit vier sind wirklich, über soziale Medien Ads zu schalten. Das jetzt mal zum Thema, wie finde ich Vertriebsamtmitarbeiter angeschnitten, einfach mal angeschnitten. Und wenn wir jetzt zu dir kommen, letzter Tipp, auf jeden Fall mindestens zwei Wochen Probearbeiten. Ja, mindestens zwei Wochen Probearbeiten bei dir. Dieses Thema, der Vertrieb, ich habe letztens von Carsten Maschmeyer einen Post auf Instagram gesehen. Das Wichtigste eines Unternehmens ist der Vertrieb. Wenn das ein mehrfacher Milliardär sagt, dann muss da wohl was dran sein. Und du weißt das auch als Unternehmer. Ey, bau deinen Vertrieb aus. Wenn dein Vertrieb läuft, Fulfillment findest du immer Leute. Fulfillment gibt es immer Leute. Gute Vertriebler. Gute Vertriebler, die wirklich Gas geben, die wirklich bei dir einen brutalen Profit reinbringen, die selbst geiles Geld durch dich verdienen. Da muss alles stimmen. Und die findest du auch. Die gibt es auch. Nur, was tust du aktuell, um die zu bekommen? Frag dich das einfach mal. Aber dieses Thema ist sehr, sehr breit gefächert und nutzt das, setzt das um, wenn du Fragen zu diesem Thema hast. Also wenn du wissen willst, wie baust du richtig dein Provisionsmodell auf? Wo findest du die richtigen Vertriebsmitarbeiter? Wie findest du die richtigen Vertriebsmitarbeiter? Wie strukturierst du dann deinen Vertrieb? Also zum Beispiel, wie machst du es, dass du einen Zwei-Stufen-Vertrieb bei dir implementierst? Wie schaffst du es, sofort einen Vertriebler, sobald er bei dir anfängt, auch auf Flughöhe zu bringen? Dass der sofort auch verkaufen tut? Dass der sofort auch profitabel ist? Wenn dich das interessiert und vieles mehr, trag dich jetzt ein zum kostenfreien Erstgespräch, du findest den Link dazu unten in der Beschreibung. Freue mich, dich dann kennenzulernen, dann schauen wir mal, ob wir dir da helfen können. In dem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, viel Erfolg, gib 110%, weil wenn du 110% gibst, kriegst du auch Mitarbeiter, die ebenfalls 110% geben wollen. Deswegen, gib Vollgas, 110%, dein Luca.